Im November 2016 geben sich Betty Taube und ihr Liebster Coray Günther bei einer standesamtlichen Trauung das Ja-Wort. Doch auf eine große Hochzeitsfeier wollen die beiden nicht verzichten. Jetzt folgt bei strahlend blauem Himmel endlich eine märchenhafte Hochzeit in Weiß. Zusammen mit ihren Familien und Freunden feiert das Brautpaar in den Herrenhäuser Gärten in Hannover. Und an dem wichtigsten Tag ihres Lebens lässt uns die Ex-GNTM-Kandidatin auf ihrem Instagram-Account teilhaben. Stolz postet das Model etliche Videos und Bilder auf ihrem Profil. Die 24-Jährige fährt in einer weißen Kutsche vor und trägt ein trägerloses weißes Kleid, das über und über mit Spitze besetzt ist. Ein weit ausladender Rock mit mega langer Schleppe macht den romantischen Prinzessinnen-Look einfach perfekt. Doch was wäre eine Prinzessin ohne Krone? Ein glitzerndes, funkelndes Diadem ziert den Kopf der schönen Brünetten. Ein schlichtes Collier und Ohrringe runden den eleganten Look ab. Und ihre Fans lieben den märchenhaften Auftritt der 24-Jährigen. Eine wahre Disney-Prinzessin und? Disney kann einpacken, du sahst schöner aus als alle Disney-Prinzessinnen zusammen. Wunderschön! Sind nur einige der begeisterten Kommentare. Das Model sieht an diesem Tag einfach atemberaubend schön aus. Doch das war noch längst nicht alles. Die Feier findet passend zum Kleid in einem pompösen Ballsaal statt. Weiße Tauben und ein großes Feuerwerk machen den Tag zu etwas ganz Besonderem. Wenn das nicht Traum eines jeden Mädchens ist.